Boah, da bin ich schon wieder. Ich bin jetzt von unten bis hierher gelaufen. Also ich stehe kurz vor einem Herzinfarkt. Boah, ich bin schon erst gepuste. Guck mal, hier ist so ein schönes Haus. Garten so ein bisschen verwildert. Das war ein Fuschmaß. Das ist sogar in der Sackgasse. Hier, man sieht schon ein bisschen was von Marburg. Ihr wahrscheinlich nicht. Aber wir laufen einfach mal weiter. Boah, hier lässt es mich schon so schön wohnen. Ja, wir laufen Richtung Schloss. Ingegen ist jetzt die Richtung, weil das ist irgendwie, wir laufen jetzt anders da. Guck mal hier, der Garten ist nicht so schön, aber man kann einen schönen Wald sehen. Ach, hier geht das, ne, hier wohnt jemand. Ach, guck mal da. Ach, guck mal, je, das ist zur Garage hier. Und haben sie extra zum Turm hingebracht, dass man quasi von da unten, quasi hier unten an sein Auto kommt. Und das ist bestimmt noch mit Aufzug. Ja, guck, sogar. Doch? Ja, genau, mit Aufzug. Das war hier nicht ganz billig. Da ist gut, aber hier, sagen wir mal, hier wohnen die gut Betuchten. Schön, da kann man da nicht hochlaufen, das geht hier so in dem Gebäude, die auch wieder schön bewildert. Und so muss eigentlich ein Garten aussehen. Hier ein Basketballkorb. Ja. Rücküber, Salat. So. Okay, dann, bis dann erstmal. So. Vielen Dank.